Moin! Herzlich willkommen hier am Sonntag. Let's Play Alice 17. Nordfriesische Marsch. Vierfach-Map in der Version 2.1 ohne Gräben. Ey, ich sag's jeden Tag und ich stand voll auf dem Schlauch. Ja, wir sind hier am Häckseln. Ich häcksel hier mal hinterher. Und werde dann gleich, wenn ich voll bin, hier den Cosplay-Gruß dazu aufzeichnen. Das mit dem Verdichten bzw. mit dem Aufschieben habe ich ja jetzt hingekriegt. Das lag tatsächlich am Silo scheinbar. Unglaublich, aber scheinbar wahr. Und, ähm, ja. Wir beobachten das mal. Die Frage, ob ich dann gleich den MB-Truck hier auch noch mitnehme zum Häckseln oder ob ich ein zweites Feld anfange zu häckseln. Da kommt mein Aufschieber wieder nicht nach, ne? Ich meine, ich hätte ja noch einen Häcksler in der Garage stehen. Das wäre ja nicht das Problem. Okay. Ich kann das mal auf. Ich kann das mal auf. Naja... Leute, noch etwas über eine Woche. Neun Tage noch. Krass, oder? Ja, er fängt wieder an und... bin ich so richtig... nie gewendet. Ich würde jetzt relativ lange hier auf dem Feld bleiben. Vielleicht geben wir mal die Kursaufzeit mit Beginn. So ungefähr. Vielleicht runter auf die Straße fahren. Einsteigen, damit der Kurs schöner aufgenommen ist. Ja... Ich höre ja gerne auf meine Community. Manchmal ist das so, wenn ich solche Kommentare liese, dass ich dann denke... Ja, mach's doch besser. Nee, Quatsch. Das ist natürlich völlig euer Quatsch. Ihr habt ja recht. Man soll erstens mit gutem Beispiel vorangehen. Und das ist ja auch nicht böse gemeint, denke ich mal, von euch. Das sind ja einfach Sachen, die euch auf den Keks gehen. Und das kann ich auch durchaus verstehen. Und ich will ja nichts machen, was euch auf den Keks geht. Sondern ich möchte ja Sachen machen, die euch interessieren und die ihr gut findet. Sonst guckt ihr ja nicht. Und daher werde ich das beherzigen. Ich versuche ja sonst auch so, alles Mögliche zu beherzigen. Und ja, geht nicht alles. Manche Sachen haben auch ihren Grund, warum ich sie irgendwie in einer bestimmten Art und Weise mache. Aber ich versuche ja schon auf euch zu hören. Ich habe ja auch auf euch mit dem Rat gehört. Jetzt mit dem Postplay-Kurs fürs Aufschieben. Gut, dass es jetzt an dem Silo lag. Hatte noch keiner geschrieben zu dem Zeitpunkt, wo ich das eingefahren habe jetzt. Aber trotzdem habt ihr mir gute Tipps gegeben, woran es liegen könnte. Vielen Dank dafür. Macht weiter so. Macht weiter so. Weil ich komme kaum noch dazu. Genauso gab es ja auch Tipps mit dem Wassertrog-Add-On. Da hatte ich ja Probleme mit. Und ähm... Also lasst weiter solche... Also lasst die Tipps kommen. Ähm... Weil ich schaff's eigentlich schon kaum noch irgendwie andere Let's Plays zu gucken von anderen YouTubern. Also ab und zu mal. Wenn ich mal wirklich Zeit habe, dann mache ich mal was an. Aber längst nicht mehr in dem Umfang, wie ich das noch vor einem Jahr oder etwas mehr als im Jahr gemacht habe am Anfang. Ähm... Da komme ich nicht zu. Unglaublich schade. Aber es ist leider so. So. Jetzt muss ich hier reinfahren. Muss den gerade ziehen. Rückwärtsgang einlegen. Bis ich rückwärts fahren. Bis ich im Silo stehe. Im Traktor. Und das tue ich jetzt. Dinger kann ich hier gleich mal abkütteln. Und kann dann hier wieder wegfahren. Einsteigen. Gut. Ich werde hier keine zwei Abfahrer einsetzen. Weil dafür habe ich den Kurs bescheuert eingefahren. Freuteste Kurse sind dann nie gut, wenn man zwei Abfahrer hat. So. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob der 1050 das denn jetzt vernünftig einfährt. Äh... Aufschiebt. Ob er da Probleme macht. Aufschiebt. So. Gleich sind wir wieder auf Feld 16 angekommen. Mal über den Deich rüber. Hier bestimmt der alte Deich. Und wir sind hier im Groden oder so. Hier ist hier nun kein Wasser. Auf der anderen Seite ist kein Wasser. Ganz schön lange Strecke. Wir sind hier im Groden. Keilen. Das ganze ist... Fleischer abtanken. Fleischer finden auf Feld 16. Und Abfahrer einstellen. Er fährt hinter den Drescher. Mach mal. Ich will noch so viele Einstellungen. Meter Abstand. Hinten mal ein bisschen... Wir schauen mal, wie es mit 4 Metern ist. Würde ihn natürlich gerne auf dem Feld haben. Dann würde ich hinten auch auf der anderen Seite, wo der Deich ist, auch vernünftig klarkommen. Ich muss das jetzt mal hier offen lassen, das Cosplay-Fenster. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Das könnte tatsächlich funktionieren. Ich hoffe nur, dass es auch gleich funktioniert. Wenn es um die Dingens da geht. Wenn es um die Dingens da geht. Wenn es um die Dingens da geht. Und noch geht's. Macht er hier? Schickt er das auf? Ja. 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 Wenn ich nichts einstellen, wie wir das da setzen sollen. Ja. 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 Mal gucken. Nexion hat die Aufgabe erledigt. Passen. Verschen. Verschen. Oh Mann. Ah, der tut's. Der macht aber, oder? Ah, der kommt voran. Los. Fahr. Ja. 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 Wenn du dich. Nee. Ja. 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 Los. Ja, da sind wir auch schon durch. Ja, der wird nicht voller. Er soll aber doch abfahren. Ich habe ihm doch gesagt, bei 90% abfahren. Wo habe ich es dann gesagt? Da. Der haut hier mir alles weg. Inbleiben. Ach so. Wir sind ja schon längst drüber, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, warte mal, was haben wir denn heute? Das war, jetzt ist Sonntagvormittag. Ja, dann sehen wir uns heute Nachmittag wieder. Ich wünsche euch was. Vielen Dank. Ciao.